Also ich hab's so verstanden, dass du Leute findest, die kleine Kinder erschrecken scheiße UND alte Leute. So wird's auch formuliert. So hab ich's verstanden. Karacho warte, ich komm dazu. So, machen wir noch einen Rundruf da? Kann man schwimmen gehen? Nein! Kann man ja gar nicht schwimmen. Ich hab's überlegt. Das war mal wieder zwei Stunden lang die Scheiße hier gemacht werden. Ich hab's noch mal den Status schon mal wegen 16 Sekunden. Und wie war's auf Arbeit? Arbeiterisch, ne? Well, klar, klar. Aber das ist ja noch nicht alles, was ich hier gemacht hab. Hm. Das gleiche zu sehen, wenn ich rumgemacht mich nervös. Müssen wir gleich noch über die 18 Plus Sachen reden. Du bist nicht nervös. Was? 18 Plus? Ja. Was? Ich bin hier, Alter. Wie hielt ich denn hier? Karacho wieder. Nein, nein, hau ab. Killer-Clown. Böser Killer-Clown. Hier zieh der Letzte Mickey. Riehst du das auf meinem Skin? Hau ab, Mann. Was? Dieses Rote da? Das ist kein Blut, das ist Ketchup. Ja, 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 ja. Ich hab vorhin also... Also ich hab vorhin... Ich hab vorhin ne Bockwurst gegessen mit Ketchup und das. Ja, hast Pommes rot gegessen. Hab ich ein bisschen... Pommes rot-weiß hab ich gegessen. Pommes rot-weiß hab ich ein bisschen gekleckert und deswegen seh ich saus. Aber macht sich alles saus. So, es geht los. Jacht hat diesmal gewonnen. Eieiei. Da haben die Menschen es diesmal schwer. Okay, Menschen, versteckt euch. Oh, ich bin kein Mensch. Oh Gott. Ja, guck zu besser. Ja, guck zu besser. Oh, hier ist ne Hexe. Oh Gott. Oh, hier ist ne Hexe. Oh Gott. Ja, ich bin eine Hexe. Ja, du bist an mir ein paar Mal vorbeigerannt. Ja, du bist an mir ein paar Mal vorbeigerannt. Echt? Lass mal hier oben bleiben, Leute. Oben bleiben bringt nichts. Wenn die einmal oben sind, seid ihr eh nicht. Jetzt hab ich meine Tränke. Hä, ich kann die Hexe hier nicht töten. Hä, hier ist ne Hexe afk. Hä, was ist das denn hier? Ja. Warte. Ja, okay. Ja, man kann die Hexe einfach nicht schlagen. Nö, Hexe die afk ist. Es gibt so einen Spawnschutz. Sozusagen. Ja, offensichtlich sagen die Hexe die afk ist. Deswegen konnte ich grad nicht die Tränke schmeißen. Deswegen konnte ich grad nicht die Tränke schmeißen. Ha, du kriegst aber viel Schaden, mein Freund. Puh. Nein, hab ich grad dich getötet. Ja. Liquid, du hast jetzt nicht das voll kackt drauf. Da ist die afk-hexgerutscht. Von allem, ich seh'n nicht, wenn ich will using kalle. Weil ich wollte was probieren. Dann bin ich abgeئust. 容易, ist halt eine Hexe die andere Hexe getötet. Kommen eure Patrick, hm? Ne, ne.. Hab ich been gekillt? Ich bin einer von den zwei Hexen unter dir. Jaja, ich merk das schon. Oh nein, fuck. Da rennt was, aber ich hab keine Tränke mehr. Das ist doch. Das bin ich, oder? Und tschüss. Wir wollen was? Prozent in der Regel was nicht dran noch geschlagen in der Welt in der Zwischenzeit und nach durch die Fremdung der Flächenwerke so Petri kann die Tüte fünf Menschen eben noch aber aber da wo man sich immer alle Tränen mann so lächerlich man es liegt irgendwo und dann wird man vom Skelett abgeschossen der Karte gibt es in der Zwischenzeit war aber waren aber wo sind die Menschen Prozent hinter den nicht der Wagen am Rand sind noch welche da weiter wie Aura direkt durch den Aufklärung habe ich dich gerade gekehlt so lange aber da war so ein Prozent ich will mich einfach immer so oft wenn man kann auch noch ein Jahr doch das ist steht noch einer auf dem Flügel drauf und ich gerade gesehen Nein. Da glaube ich dir gerade hinterher, Karacho. Karacho, bleib mal kurz stehen, was bin ich für mich gerade? Wo? Sag, wo? Auf was für'n Flügel? Oh, da ist er. Ja, ich steh, glaube ich. Ähm, wut? Karacho ist gerade einfach so an mir vorbeigerannt. Nein! Nein! Oh, oh, oh. Wieso konnte ich gar nicht... Ja, genau. Oh, Gott. Das sind noch zweieinhalb Minuten, ne? Man kommt hier nicht mehr hoch, und das Problem ist... Ja, genau, Karacho, weißt du? One-Hit! Oh, nein! Ich werfe mir nächste Mal meine Tränke unter? Wo war das? Alter, ich töd die Asi-Tal, du warst aber ein leichtes Ziel. Bist die Hexe gewesen, ich hab' gedacht, nee, war nicht. Nehmen noch zwei Menschen? Ich bin auch eine Hexe. Ja, positiv. Nein! Was? Lächerlich! Lächerlicher Spielmodus! Ey, so ne, ich hab' auch jemand untergestrückt. Lass irgendwas kaputt, Leute. Oh, weil du ... Prozent also ein Mensch lebt nur wo ist der Mensch der Mensch ist so in der Kabine vom Schiff Stimmten und das ist so arg warum ja da ist eben schon einmal durchgerannt da bin ich schon das ist der Superforschein ja gut darin die Titel die Wurzungsgruppe ist schon tot gewesen er hat auch vor Ort war aber ich bin jetzt erst mal freut weg tschüss die Füße und noch so werden wir machen wir müssen auch die Bilder und den Eisberg spielen und haben wir alle als er kamen noch mal feine Runde oder vorletzte Runde müssen wir gucken was wir wieder spielen und wird für wir sind jetzt er wird es die drei Prozent wir haben von rechts angefangen mit Turmkampf dann das Sandsturm und jetzt Prozent mit der Yacht es würde wird es jetzt so viel nein dann habe ich mal wieder gewählt ich hatte es am Sturm ein Vorsprinzip ein Vorsprinzip ganz krasser ich nutze jetzt hier meine tollen Jump'n'Runs Skills um gleich um die Mets herum zu spazieren mit Jump'n'Runs Skills okay ich mach mal schon mal 60 Sekunden starten so so der Medo ist ja da ganz oben und rennt jetzt auch rum das ist schlau ein Jump'n'Runs oh man ach Mist da muss man einen durch schaff ich den nicht das ist so ein einfacher ups wir müssen in einem durchrennen ja mach ich das aber ich bin einfach irgendwie grad verdooft also schuldig und sollen bleiben ja ich hab's gerade geschafft weiß nicht dass eigentlich der easieste Sprung auf my life aber wirklich schaffe ich den Ratten ich habe mir das noch leider nicht geschafft also machte darum kein Klopfen wo ich stehe das ist schon wieder da oben ich bin ganz weit oben ja darum die Flavina keine Ahnung noch lebt ihr alle ja okay über euch ja ich wollt allen warte Tarnik ich komm zu dir Tarnik Tarnik ah Patrick da komm ich auch schnell hin aber ich bin hier hochgekommen durchs Wasser doch auch nicht durchs Klettern ja ich bohnen Block mein Block in einem Block des Bornkarten Schaden infiziert und wieder sehr entfällt er zu müssen jetzt hier ja und mich eigentlich super verstecken weißte auch nicht mehr ach Karacho wie du weißt du nicht dann hätte ich dann Kontrahenten ausfohlen ne das werde ich wohl ganz hart verhindern so lange ich noch lebe so lange du noch lebst wir machen hier äh Streber Ecke Afralos vielleicht machen wir irgendwann mal die Leute die mitgespielt haben die haben ja alle einen Score ne was habt ihr schon einen Score 1200 auch hier ist wieder die AfKa-Hexe na guck mal vielleicht machen wir am nächsten Mal mit einem Screenshot oder so wer das höchste Scorat hm schau mal wo sehe ich denn meinen Score was hast du? ich habe 21.972 minus 973 Patrick du willst mir jetzt sagen was du bist was warte, hey Patrick hinter dir warte, warte, warte hier, ich fühl mich hab nix sollst du auch treffen, mann pst, wird gesagt der will ich auch ein ganz gutes Versteck gefunden was? in der Nähe von dir ok ich kenn auch ein geiles Versteck ja ist klar da kommst du auch ohne irgendwie äh Sondersachen hin warte warum sind wir die AfKa-Hexe? Felix hat eine Kill-Stück von 4 wow mhm der ist wahrscheinlich ein harter Zombie, wa? ne Felix M ist hier ein äh normaler ich renne grad hinter dem Herr aber der wird grad genudelt er ist genudelt worden aber es sind nur noch 5 Leute also also man kann Patrick Patrick komm mal her ja ja ich weiß auch nicht mal wo du bist wo sind die Menschen? am Basketballfeld ich bin aber ein Zombie ne? ja ich bin ne Hexe ne ich will dir grad mal ein gutes Versteck für ne erste Runde zeigen ne ich bin auch im Basketballfeld da komm ich so hoch die Treppe ja es gibt ein Tank-Kid wo du dann überkrasst die Gerüte du kannst es und hier hier rüberspringen so damit ist auch die Fähre-Kiste zerstört worden wenn man das kann ja du kannst es ja wenn man das halt kann das ist vielmäßig ich meine oh und wir uns läuten gerade Leute ah echt? da muss halt ja Dingelong Dingelong Alter wieso fall ich denn runter? ich will doch springen und das kann man auf jeden Fall schaffen da rüber und dann da drinnen zweieinhalb Minuten noch das Spiel hat auf jeden Fall nein ich hab die Kid gefunden ich hab die Kid gefunden nein nein hast du getroffen? ja ich hab grad fetten halbes Lemschaden äh mein halbes Lemschaden bekommen na echt? ein halbes Lemschaden wegen nem Schadensdrang von nem Verbündeten von mir ja weißt du nicht komm einfach nicht hinterher ich spiel jetzt einfach selber mal gucken ach vergift und nein äh hey Liquid hier hau mich einmal oh die Hexe neben dir äh verheft ich äh ich hab noch nicht zu boosten jetzt wird's knapp so ja ne du hättest mich einmal schlagen können an mich tot hätte ich neue Tränke das glaub ich ohne Tränke rum die dich ertränken jetzt wörtlich da ist Wasser ertränke einfach die dauert aber zu lang ja ich steu mal rum und such mir noch einen da läuft irgendwo ne andere Witch rum die paar laufen noch rum oder ich meine Hauptschmeißen hm Peter läuft rum ich denke der sitzt grad in irgendeiner Ecke und lacht sich ein ich? ha 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 ich hab dich versteckt gefangen ne 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 i n n ineinander? wo sind sie? Patrick! wo sind sie? geruchter Halt da können wir mit sein richtig Gott der haupte die haben echt ein gutes Versteck möchtest du sagen wo sind die auch schon werden chlip.. da sind die das kann ich jetzt warte spielerfahrt ist einfach hier auf unserer Seite ich habe einen Namen gefunden ich bin ja auch ein Zombie ja wie dir auch die sind auch infiziert aber wir sind aber alles Hexen und so Franz Leopold getargetet aber der hat sich gedacht dass sie sich dahinter verstecken die kleinen Dudas woher drin? da ist er wieder habt ihr irgendwo einen? Patrick, nur der will ja nicht sagen wo der lebt auch noch ne? in der Mitte da aber den kriegen wir nicht mehr ok der ist tot wie lange ist da noch Zeit? ich hab tatsächlich gewonnen was? bin durch ach was habt ihr es gesehen alter was da oh ne du 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 ja da sind wirklich Delta Highs vorbeigerannt Wizards sind vorbeigerannt Hexen sind vorbeigerannt aber den hab ich nicht gekriegt wow dein Versteck da haben die Menschen überlebt? ja ich hab überlebt ja so eine Runde machen wir noch würde ich sagen ja die letzte Runde? die allererste genau die letzte Runde kannst du noch machen? Eisbergkarte das war echt knapp wuuu wie weh Delta hau rein musste runter zur Tür also dadurch also dadurch ich fand die ja deswegen einfach mal nochmal hau herrlich bin leider im Wasser gestorben Alter 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 zwei Gespenster waren das an der Tür achso darf ich ja ok sooo letzte Runde auf infected genau gucken wir noch kurz da kommt noch jemand kommt noch jemand wer hat noch nicht haha ich glaub nicht aber das war auch eben alter pfuh zum Glück hatte ich gar keiner auf mich konzentriert das war am ersten mal gut ja so gut dann mach ich jetzt mal ähm nen Start also 60 Sekunden nein nicht Eisberg doch die haben äh die fehlt jetzt noch von den 5 nein da hatten wir schon Eisberg auch ja das war ganz am Anfang aber wir sind jetzt von rechts so durchgegangen ja und jetzt ist doch egal Mensch Hauptsache wir haben alles gespielt ja wir haben ja eigentlich alle haben ja schon durchgeholt auf jeden Fall alle haben ja alle mhm wie sie die ganze Zeit den Kopf nach oben hält weil sie so nen Doppelkopf skin oh ich hab mich in die erste Idee gewackt ja das ist ziemlich lustig ich bin jetzt befangen aber bei wem das ist es nicht mehr ichDire bei dieser ShuPaan o sektor Nicholas und ich komm mir auf den Orangen Block drauf musst du durchspringen alle Blöcke bis an die Leiter und dann kannst du ja 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 bis ich mal dahin kann ja ja Alter der Leiter suchst hab ich nie oh man jetzt Patrick jetzt hast du es Oh mein Gott, ich als Noob bin ich geschafft.